Ha, au! Hi YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Channel. Heute gehen wir rein in Lethal Company. Falls ihr auch gerne mal live dabei werdet oder sogar mitspielen möchtet, schaut euch gerne die Videobeschreibung an, da ist Twitch verlinkt. Und ansonsten ganz viel Spaß! Macht man nochmal in die Mode? Mit 1, 2, 1, 2. Oh! Sorry. Oh mein Gott! Nein, das ist komplett sicher, du kannst da drunter stehen. Ich bin fast. Hm, schon was! Ähm, hier. Ja cool, ich hab jetzt... Ja. Dreckig! Was? Überraschung! Oh mein Gott! So Leute, wir sind jetzt wieder miesmutig und dann verlaufen wir uns. Oh, ah nein! Was? Ich hab Mangosauce auf mich drauf gekleckert. Ah! Oh, Mangosauce! Ich möchte die Gurken essen. Das ist ja noch ein Ding. Ich glaub, die sind wirklich schon richtig. Ich bin sehr alt. Hm? Torpsi, denkst du, er stirbt? Ja. Weil ich jetzt losfliege. Weil er einfach ist. Okay, starke erste Runde aber. Ich hab keine Nodes. Alles gut. Was war das, Bro? Hier drüben ist der Feierkette. Wenn du's hier hinschaffst. Oh mein Gott. Ja, das piebelst du mir. Piersi! Ah! Ah! Junge. Marlin! Warte! Lauf! Jeho! Wie die Piraten sagen. Sollte ich hier rein? Ich denke nicht. Ich denke auf keinen Fall. Oh mein Gott, ich glaube, er stirbt. Nein! Er ist so weit weg. Oh nein. Wo ist er, wo ist er? Wo er das bin? Nein! Er hat das Binnen. Er hat das Binnen. Madi, hol ihn nicht, hol ihn nicht. Ich hole ihn. Nein, wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen den Körper. Wir brauchen den Körper. Nein, er wird zurückgelassen. Alles aufgeladen. Denkt dran, Schlüssel machen Blitze. Er steht ja. Ich sehe halt gar nichts. Oh mein Gott, er hat noch einen. Hey, you are finally awake. Ah! Oh! 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 Warte, dein Schlüssel. Und jetzt haben wir bei den Epic-Code-Chat. Das war ein riesen Krampf, das zu machen. Aber falls ihr dann Epic-Sachen kauft, würde ich mich sehr freuen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo! Hallo! Mami! Mami! Mami, ich hab was für dich! Da! Oh ne, hat er wieder festgelegt. Oh! Oh! Wie machst du das ab? Ah! Ja! Oh mein Gott! Ah! Was ist da? Ah! 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 Hallo? Ja? Ja, ihr habt es auch gesehen. Nein, nein. Nein, nein. Ok. Ah! 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 Ich geh mich healen! Boah, du blutest gar schön tolle! Ach du Kacke! Ah! Ich hab gar keine Angst. Noch nie Angst gehabt. Ja, let's go! Oh mein Gott! Hi Leute! Hallo? Hallo! Hallo? Hä? Hi. Du hast mir ein bisschen Angst gemacht. Ich weiß. Oh Gott. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Na du? Ohmesch! Oh! Oh mein Gott! Apostel? Maddy? Hallo! Hallo? Hallo Mr. Wand. Können sie bitte essen? Augenkontakt, Maddy, Augenkontakt. Nee, 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 nee. Essen Sie Wand! Wer hat das Schild? Meine? Hier, naja, das steckt da hinten irgendwie. Gibt das aus dem Schiff raus? Ah, hab's. Mach mal Salto. Warum hab ich Schaden genommen? Wer war das? Geh, 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 geh. Weg, weg, weg! Au, au! Ich musste übrigens... Ein Jetpack! Was ist das? Da musste ich zuschlagen bei dem Angebot. Weird Killer! Oh, mein Licht ist aus. Irgendwie alle? Was? Es ging, es ging irgendwo eine Treppe runter. Papa! Lauf! Oh Gott, oh Gott! Feier Exit, Feier! Nein! Feier Exit, Feier! Gotti, komm zurück! Oh Gott, oh Gott, da ist der Brecken. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein, 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 nein! Nein! Wir haben was gefunden, Chat! Könnt ihr mir zeigen, wo es genau ist? Super! Wo bist du? Oh Gott! Tobi, hier ist Brecken! Links, links, links ist Brecken! Oh Gott! Ah! 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 Oh Gott! Da ist auch ne Mine, auch Passen? Was war denn los? Was ist das? Was denn? Das ist ne Riese Oh nein Oh nein Oh nein Versteck mich unter dem Schiff Unter dem Schiff Madi? Jo Du verpasst gerade Konten Ja, I know Ich hab aber gesagt, ich geh Pipi machen Er ist gestorben Was habt ihr mit ihm getan? Ah! Unser Auto, ich hab's nicht mal gesehen Das war teuer Oh, er ist auch tot Rum, rum Rum, rum Ah! 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 Hilfe! Oh mein Gott! Lass sie mich essen, die Vögel Die Vögel reden wie du Ah! Ah! Der isst mich! Dein Krim! Ah! Ja Könntest du noch einmal mit nem Schild einer rüberbraten? Das ist so ne Wackelbrücke, ne? Keine Lust auf Stress Hier! Oh! Ich hab doch gesagt, das ist ne Wackelbrücke Ich muss mich kurz heilen geben Ah! Ja? Ich bin tot Sascha? Kann mich jemand tp'n? Mati? Ah! Kannst du nicht irgendwie nach dem Blauen, dass wir weggehen? Wo komm ich raus? Ah! Leute! Ah! Ich werd nicht laufen Auf gar keinen Fall Ich werd mich nicht mehr bewegen jetzt Hilfe! Hilfe, Hilfe! Wo bist du? Irgendwo in dem Gang Und hier ist die Schaufensterfotze Yippie! Mati, hallo? Ah! Lepp, 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 lepp! Oh mein Gott! Das ist alles schlimm! Hallo! Wo bist du Mati? Okay Ja, tschi tschi Ja Ähm, du stirbst, wenn du da runter gehst Ja 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 Also Kannst du kurz aufhören? Ganz ganz kurz Sorry Kuss, kuss, kuss Tschüss Tschüss Du bist Doppel D Doppel D Doppel D hast du In deinen Namen Nein Lass mich nicht besser Du bist Alles was ich sehe Ich will dich auch nur immer fragen Na tu pa' caso Bis zum nächsten Mal.